XXL-Model Pamelia James hat eine Krankheit, die ihr zunehmend Probleme bereitet. Ein Arzt diagnostiziert bei ihr Gigantomastie, ein Leiden, bei dem es zu einem exzessiven Brustwachstum kommt. Doch mit der Zeit wird sich Pamelia der Last bewusst. Sie bekommt Rückenschmerzen, fühlt sich nicht mehr wohl mit ihren Brüsten, leidet auch psychisch und wünscht sich eine ganz normale BH-Größe. Alles begann im Alter von 26 Jahren, da bemerkt die Australierin, dass ihre Brüste sich vergrößern. Ein Chirurg stellt die seltene Krankheit fest. Wodurch sie ausgelöst wurde, ist in Pamelias Fall unklar. Sie haben einfach angefangen zu wachsen, sagt das XXL-Model. Und obwohl Pamelia aktuell über eine Brustverkleinerung nachdenkt, Als Mutter eines siebenjährigen Jungen entscheidet sich die 27-Jährige vorerst dagegen. Pamelia plant nämlich, erneut schwanger zu werden. Die Angst vor Komplikationen zu hoch. Die Angst vor Komplikationen zu hoch. Die Angst vor Komplikationen zu hoch. Die Angst vor Komplikationen zu hoch.